Martin Sutter Almen und die Erotik Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Gerd Heidenreich Erster Teil Erstes Kapitel Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Wissen Sie es? Der Mann sah ihn mit einem spöttischen Lächeln an, ein wenig von oben herab, denn er war einen halben Kopf größer als Almen. Das einzige Licht in der leeren Bibliothek stammte von ein paar Lampen neben den ledernen Lesesesseln und zwei auf Vitrinen gerichteten Spots. Durch die Tür drang ganz schwach das Gläserklirren und gemurmel der Gäste der literarischen Gesellschaft Sternwald, die zu ihrer monatlichen Lesung geladen hatte. Der Mann war im schwachen Licht kaum auszumachen. Er war gekleidet wie ein Bodyguard, schwarzer Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte. Sein kurzgeschorenes Haar hatte auf den ersten Blick blond ausgesehen, aber es war wohl grau. Seine dichten Augenbrauen waren noch schwarz und sorgfältig getrimmt. Almen wandte sich gelangweilt ab und machte zwei Schritte auf die Tür zu. Der Mann, jetzt ein bisschen lauter, »Ich weiß genau, wer Sie sind. Sie sind der hier!« Almen wandte sich um. Der Mann hielt ihm den Bildschirm eines Smartphones entgegen. Almen sah, dass darauf ein Video lief, konnte aber keine Details erkennen. Der Mann wartete einen Moment, und als Almen keine Anstalten machte, näher zu treten, kam er auf ihn zu. Das Video zeigte Almen. Er trug den mitternachtsblauen Anzug, den er gerade anhatte, und auch die silberne Krawatte, und er befand sich in einer Bibliothek voller Vitrinen, die zwischen den Bücherregalen eingelassen waren. In eben jener Bibliothek, in der er sich in diesem Augenblick befand. Almen hob den Blick vom Display und sah in das noch immer spöttische Gesicht des Fremden. Dieser nickte ihm aufmunternd zu. Almen blickte wieder auf den kleinen Bildschirm. Er sah sich langsam die Bücherregale entlang gehen und vor einer der Vitrinen stehen bleiben. Er sah, wie er sich umschaute und einen Moment lang direkt in das Objektiv blickte. Und er sah, wie er sein kleines Taschenmesser aus der Hosentasche nahm, die Klinge herausklappte, sie in den Spalt schob, wo die beiden Flügel knapp über dem Schloss zusammenfanden und den rechten Flügel so weit herauszwängte, bis er ihn fassen konnte. Noch einmal blickte er über die Schulter, noch einmal sah er direkt ins Objektiv, ohne den zu bemerken, der ihn filmte. Dann zog er. Der Flügel leistete ein wenig Widerstand, nahm den linken ein paar Zentimeter mit, bis der Riegel aus seinem Fach sprang. Almen glaubte, aus dem kleinen Lautsprecher des Smartphones das metallische Geräusch zu hören, das dabei entstanden war. Nun sah er, wie er mit einem gezielten Griff einen Gegenstand aus der Vitrine nahm, ihn in die Hosentasche steckte, die beiden Glasflügel wieder so zusammenfügte, dass sie sich schließen ließen, sein Einstecktuch mit einem geübten Griff herauszog und damit über die Stellen der Vitrine wischte, die er berührt hatte. Der Mann schaltete das Smartphone aus und steckte es in die Brusttasche. Mit allem, was Almen noch an Überheblichkeit aufbrachte, sagte er, ich kann das erklären. Ich bin Kunstexperte. Zweites Kapitel Johann Friedrich von Almen, der auf das Von gerne verzichtete, um diesem mehr Gewicht zu geben, befand sich auf einer Durststrecke. Bei seinem letzten Fall ging es um die Rettung seiner Mitarbeiterin Maria und nicht um ein Honorar. Und bei seinem vorletzten Fall hatte er in einer bei ihm keineswegs seltenen Anwandlung von übertriebener Großzügigkeit auf ein solches verzichtet. Nun war es aber nicht so, dass bei ihm Großzügigkeit anderen gegenüber die Großzügigkeit sich selbst gegenüber beeinträchtigte. Almen war es seit vielen Jahren gewohnt, Geld unabhängig davon auszugeben, ob er welches besaß oder nicht. Eine Zeit lang half ihm sein treuer Diener Carlos, den er fairerweise längst als Geschäftspartner bezeichnen musste, aus der Patsche. Carlos, dessen Umgang mit Geld von seiner Vergangenheit als Schuhputzer und papierloser Einwanderer geprägt war, hatte in der Zeit ihrer gemeinsamen Tätigkeit als Wiederbeschaffer abhandengekommener Kunst einen schönen Batzen beiseite geschafft und ließ Almen in den immer wiederkehrenden Zeiten finanzieller Engpässe daran teilhaben. Bis der Punkt erreicht war, an dem es Almen unangenehm wurde, von der Freigebigkeit Carlos abhängig zu sein. In der Regel dauerte es eine ganze Weile, bis dieser Punkt erreicht war. Und wenn es dann so weit war, ließ sich Almen noch einmal ein wenig Zeit, um etwas dagegen zu unternehmen. Der kleine Abstecher in die Bibliothek der Literarischen Gesellschaft Sternwald war die Maßnahme gewesen, die er zu ergreifen beschlossen hatte. Die Gesellschaft hatte vor drei Jahren ihr 200-jähriges Jubiläum gefeiert und schwamm im Geld. Ihre Gründerväter hatten damals die Eingebung gehabt, das Haus, in welchem die literarische Gesellschaft eingemietet war, zu kaufen, als der Besitzer in finanzielle Widrigkeiten geriet. Das Gebäude stand in bester Passantenlage in der Einkaufsmeile der Stadt und beherbergte seit über 100 Jahren im Parterre und im Mezzanin deren elegantestes Modehaus. In der ersten Etage befanden sich die herrschaftlichen Räume der Literarischen Gesellschaft Sternwald, in den beiden darüber die Kontore einer alteingesessenen Anwaltskanzlei. Die Mieteinnahmen der Liegenschaft erlaubten nicht nur einen symbolisch niedrigen Mitgliederbeitrag und eine exklusive bibliophile Büchersammlung, sondern auch die Anschaffung von Kunstgegenständen, die keinen direkten Bezug zur Literatur hatten, wie zum Beispiel ein Mini-Fabergé-Ei, das zwar nicht zu den aufregendsten Werken des Hauses gehörte, aber bei einer Auktion mit etwas Hammerglück einen sechsstelligen Betrag erzielen könnte oder bei einem diskreten Zwischenhändler aus Almens bekannten Kreis einen fünfstelligen. Almen war Mitglied der Literarischen Gesellschaft Sternwald, nicht nur, weil man als Teil der besseren Gesellschaft der Stadt aus Tradition dabei war, sondern weil er tatsächlich an Literatur interessiert war. Almen war ein passionierter Allesleser. Er war nicht nur Mitglied, er gehörte sogar der Anschaffungskommission an, was ihm nicht nur ungehindert Zugang zu den Räumlichkeiten verschaffte, sondern ihn auch über jeden Verdacht erhaben machte. Dennoch war ihm der Entschluss, seine Durststrecke auf diese Weise zu überbrücken, alles andere als leicht gefallen. Alles andere als leicht gefallen.